Ja. Wir gehen auf PS2. Ich denke, das ist actually ein recht hartes Matchup für Link, aber Niceface. Einer der besten Spieler hier. Ja, schon, ja. Er holt sich Instant das Advantage hier. Ja, ja. Oh, da wollte er abbiegen. Schöner Näher-Approach. Nice. Hat leider nicht gecombot. Ja, BBL-Combo struggelt hier gerade das Opening zu finden. Ist aber auch gegen Link echt schwierig. Er macht die ganze Zeit seine Projectiles und dann vielleicht noch eine Näher, die minus 2 ist. Schöner kleine Jab. Rapid Jab, Bruder. Oh, schön ab, ja. Jetzt hat es aber wieder zurückgeholt. Der Damage-Output von Inkling ist... Wieder relativ even. Ja. Und fast der Kill. Ah. F-Tilt. Hittet nicht. Oh! Schöner Abbie. Sehr schöner Abbie. Der Jab. Die Granate. Die Tinte ist halt so gut für den Damage, ne? Oh! Oh! Schöner Spot-Dodge. Weiterhin schöne Pressure. Die Abwehr. Und Nice Face baut den Lead die ganze Zeit weiter aus. Er trifft ihn mit der Bombe. Er bleibt patient. Mhm. Die Bombe immer noch in der Hand. Oh! Fickt er die Abwehr? Nein, kriegt er nicht. Bisschen zu hohe Prozente. Und Nice Face kommt nicht wieder auf die Stage. Ah, schade. Okay, weil Kampo muss das jetzt irgendwie zurückholen, maybe. Ah, die Abbie war noch Active. Oh! Und jetzt killt die Abbie auch wieder. Da ist der Stop auch wieder weg. Ähm. Damn, damn. Da und Hilt näher. Spot-Dodge, den Grab. Nice. Abwehr neutral. Deck air. Oh, man sieht's, in drei Hits hat er halt so viel Damage gemacht wegen dieser Tinte, ne? Ist das wirklich. Ist das insane. Oh. Oh. Lecker Approach. Oh. Oh mein Gott. Er kriegt die ganze Zeit diese schönen Kommos, die schön viel Prozente bringen. Oh, schöne Recovery. Er kann halt auch einfach sehr geduldig jetzt spielen. Er hat nichts zu verlieren gerade. Ja. Ah. Oh, der Roller. Ja, da ist der Stockback. Letzter Stock für beide. Und ziemlich hohe Prozente sogar für BWC. Boah. Ja, vor allem bei Link Forward, der killt jetzt. Aber bei so einer Ledge vielleicht. Und Abbie ist halt jetzt auch einfach alles sehr gefährlich. Ja. Oha. Und da ist die Abbie, von der ich gerade eben geredet hab. Game 1 geht an Nice Face. Ja. Ich denke nicht, dass irgendein Characterswitch kommt. Beide sind sehr Character-loyal. Ähm. Ich bin auch mal gespannt, welche Stage wir gleich gehen. Bin ich auch. Hoffentlich an der Mute. Wir gehen auf Green Greens. Ah, schade. Hallo Bastion. Schade. Einfach Green Greens. Ja, wir haben es gecheckt, dass du Link spielst. Und Inkling. Inkling. Ja, sorry. Hallo Bastion. Hallo Bastion. Okay, interessant. Der FC. Ich glaube, er wollte den Dash Grab Call outen oder sowas. Weiß ich nicht. Ja. Oh, schön. Und der Spot Dodge von Nice Face gerade. Oha. Das Slashrapping von Link ist halt so scary. Vor allem mit dem Boomerang. Du musst halt auf so viele Sachen achten. Ja, true. Das war grad die Parrys. Damn. Oh, und? Das ist halt auch so strong. Dass er halt wirklich von jedem Project halt immer irgendwas konverten kann. Back Air into Nice. Oh, da wollte er die Down Air. Da war er ein bisschen greedy. Forward Air. Roller. Ja. Forward Air. Der Up Smash. Jetzt hat er wieder ganz viel Tinte. Oh. Oh. Nein. Da war er ein bisschen zu greedy. Ich glaube, eine simple Up Throw Up Air hätte das auch getan dort. Ja. Und die Forward Air ist halt. Da ist der Kill. Ultra stark. Side B. Forward Air Pro Spieler Boomerang. Kommt jetzt gleich zurück. Trifft aber nicht. Trifft denn? Oha. Er kriegt nur die Weak Forward Air. Nice Face baut sich jetzt den Lead wieder weiter auf. Er kriegt halt die ganze Zeit diese, diesen Damage durch Boomerang, durch Pfeile, durch Bomben. Oh. Alter. Nice Face Speed. So strong. Oh, aber die Down Air, die war schön. Sehr schöne Down Air sogar. F-Tilt. Vor allem Link macht auch noch so viel Shield Damage. Also, einfach nur ein F-Tilt, eine Forward Air und dann poked einfach schon alles von ihm. Ja. Oha. Link ist so einer dieser Chars, wo ich denke, dass er so wenig Kill Probleme hat und das ist so ein Bonus einfach. Ja. Schön. Und da ist die Up-Beer oder Shield. Man hat halt auch immer, immer Angst vor Link. Zumindest habe ich das. Ja, er ist auch wie ein paar gefährlich, wenn der Gegner weiß, wie man gegen den spielen muss. Mhm. Zum Beispiel gegen Nice Face würde ich einfach freiblich esteen. Achso, ja okay. So geht's natürlich auch. Er wollte die Bombe grabben, aber irgendwie ging das gerade nicht. Ist auch ganz komisch. Da kommt die Bombe wieder und er recovert sich. Indem er sich... Ah, er wollte gerade absmashen, wie bei Campo, aber es ist ein bisschen zu spät rauskommen. Und da kam die Back-Air. Nach 200 Prozenten. Super. Er kriegt ein bisschen Ink. Ja, die Ink müsste jetzt irgendwie versuchen auszunutzen, damit er noch schon Schaden rausholt. Kommt noch zurück. Umarang ist richtig safe on shield, ne. Es ist richtig frech eigentlich. So, da fliegt die Bombe, geparried, Bombe wieder aufgenommen. Au! Oh! Absmash zu langsam. Ah ne, da ist er halt ein bisschen zu greedy manchmal. Aber er kriegt gerade die Prozente wieder rein, schon wieder absmash, okay. Das stimmt. Die Prozente werden hier echt strong reingeholt. Am Ende des Tages geht es immer noch um den Kill und Nice Face, wie bei Campo, ist auf Kill-Prozenten. Mhm. Nice Face kann mit einem Strong-Hit wirklich das Game jetzt entscheiden. Eine Forte, eine Abi, eine alles einfach tötet jetzt. Ja. Und jetzt die Bombe, mit der Pressure und dem F-Tilt vielleicht. Ah ne, Up-Tilt. Ja, da ist der F-Tilt, ja. Da ist das Game. Ja. Ja, GG's. 2-0 für Nice Face. 2-0 für Nice Face.